Du weißt, was jetzt peinlich wäre, wenn der Ton trotzdem nicht passen würde. Schon irgendwie. Aber irgendwas stimmt eh immer nicht, also. Ja. Nochmal neu hast. Achtung. Vollidiot. Ja, du musst dich einen Weg stellen. Natürlich muss ich mich hier einen Weg stellen. Ich muss den einen verdampfen. Oh oh, ein Verbot. Oh mein Gott, ich sag doch einfach mit diesem Scheiß-Zauber. Ich wollte ihn nicht benutzen, ich bin versehentlich eingetippt. Man kann diesen Zauber nicht versehentlich ein. Doch, wenn du es so drin hast. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Immer diese Hure von Gravitation. Oh mein Gott. Au. Obola. Das war kein Absicht. Nein, nein. Ja, mein Stab macht das automatisch. Also mein Papier. Oh, jetzt muss es natürlich stehen bleiben. Weißt du, man versucht zu schön sein, movement zu prägen. The ball is so angry. Würde ich mal sagen. Also Oriana sagt das zumindest. Meine Bälle sind zornig. Zornig. Ja, ein zorniger Ball. Der fliegt ja gar nicht so, was ich dachte. Boom. Boom. Ist eigentlich effektiver, mehrmals blitz zu casten und sich dann zu heilen oder instant? Spammen. Musstest du mich jetzt nass machen? Oh yeah. Jetzt können wir instant blitzen. Au. Heil mich, heil mich. Wie denn? Ich bin nass wegen dir. Ich wollte eigentlich Wassergranaten machen, aber das geht eigentlich nicht. Irgendwie. Ich hab's wohl gemerkt. Ja, woher soll ich's denn wissen? Ich hab's ja noch nicht getestet, oder? Ich dachte, ich hab's ein paar Zauber ausprobiert. Ach, das ist ja geil. Guck mal, wenn du Feuer und dann Eis castest, wird es zu nichts. Ja. Macht Sinn. Danke. Bin schneller. Brum, 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 brum. Bauer. Lass mal selber sprengen. Jetzt schon fast wieder denselben Zauber. Ich hab' nicht eingegeben. Ja, jetzt ist's egal. Jetzt grad bin ich ganz woanders. Du kannst mit mir aus. Ich will aber nicht. Bin ich ja wieder tot. Noch kann ich daraus nämlich nicht entkommen. Halt, 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 halt. Ich bin so dezent weggeflogen. Ich hab's gesehen. Kontrollpunkt aktivieren. Das hat aufhören, mich immer selber darin zu erfangen, ne? Was ist's up? Was macht ich die ganze Zeit auch? Er heilt sich. Er hat sich geheilt. Frist Dampfstrahl, Junge. Warte. Warte. Noch mal da durch. Mein Gott. Ja, toll, krieg ich ja. Ich lauf da noch mal durch. Hätte ich mich dann geheilt, oder was? Oder wäre ich getrocknet worden? Wär's getrocknet worden. Das war keine dumme, äh, das war eine dumme Idee. Die Gegner unter uns sind nicht weg, ne? Hör doch auf! Das ist gar nichts passiert. Ich mach mir die Gegner hinter uns weg. Ja, tu das. Weißt du, was bestimmt voll lustig ist? Hm? Und, und, und? Ja, komm, komm, ertrink, ja! Hä? Wieso bin ich ertrunken? Ich war bei mir da gar nicht drin. Echt? Die Tücken des Ping. Das wäre nicht passiert, wenn wir ein Dreierfinger oder sowas hätten. Richtig! Ah, Stein ist manchmal so schwer einzuschätzen. Du musst es ja nicht benutzen. Oh, doch. Hier rüber rutscht. Bam! Guck jetzt, was ist. Das verlust ich, die können sich schütteln. Ah, ich kann den nicht verwirren. Ach, du lebst ja noch. Ja, das kenn ich. Ich wollte dich schon retten. Friss die Langsamungsstrahl. Einfach nur akkaren. Och, komm schon. Doof. Ich rutsche. Ich rutsche. Ich kann nichts machen. Bin tot. Nicht mehr, ne? Alter. Hilfe. Schnell. Oh, oh. Ne, ich hab dich nur geheilt. Gut. Wow. Da flog so ein Pfeil so in Slowmotion zu mir und hat mich getötet. Danke. Ey, der Wichser heilt sich. Ja, schon. Aber ich auch. Er läuft gerade übers Wasser. Er hielt sich. Oh, Hure. Das ist immer noch der beste Spruch bei sowas, ne? Wie die Teile rumgeflogen sind. Nein, Mama. Friss, friss, Hure, Hure, Hure. Ja, hier sind sie gemacht. Das ist recht effektiv. Ich weiß. Ich hab schon 2000er Damage-Kette gehabt gerade eben, ne? Du Arsch. Gib mir mal die Waffe. Du bist so ein Arsch. Ich wollte da Waffe haben. Nein! Oh, jetzt bin ich nass. Da werde ich wohl... ...hier durchlaufen müssen. Nein! Du Wechsel. Das war nicht geplant. Aber sollte ich wissen, dass da dein Mapwechsel kommt. Jetzt sollte ich aber trotzdem kommen. Weg von deiner Bewirrung. Nein, ich bin nicht trocken. Wieso hat es mich grad da hingelegt? Hm, ich weiß nicht. Guck dir das mal an. Jetzt mach ich diesen Hebel hier. Ach Leute, es geht hier ja runter. Und wie ein Wunder, hier haben wir eine Brücke. Ey, da hinten ist was, komm. Ja, hier auch. Aber wir sind Gegner. Ich hasse dieses Level-Unspaß. So grauenhaft. Irgendwie so das Gefühl, dass wir das verpasst haben. Hure, ich treffe ihn nicht. Autsch. Los, fokussieren wir unseren Strahl. Autsch. 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 Oh mein Gott. Schau. Ist das Feuer? Feuer, 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 Wasser, Feuer, Wasser. Hör auf. Hör einfach auf. Feuersturm bringt nichts gegen diese Wichser. Ach. Oh, 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 oh. Heilen. Gegenheilen. 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 Ich kann nicht sterben. Ich bin nass. Ah, der hat ja gar keinen mehr. Mann ist so langsam. Ja, gell. Das stört echt. Aber, was haben die für einen Aim-Bot? Was hast du getan? Keine Ahnung. Ruhe mich schnell wieder, bitte. Nein, falsche. Na ja. Ach. 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 Ich werde uns jetzt nicht bewegen. Oh doch, ich hab nen Arcan-Schil gemacht. Und jetzt geh weg von mir. Ich hab dich gewarnt. Ich wurde ja nicht getroffen. Eben. Wir könnten die auch mal angreifen. Oh mein Gott. Ich bleib ja mal hier drin, ne? Ja, ja, mach das mal. Tönt sich. Tönt sich schon chillt. Tönt sich schon chillt. Bad taste. Hab ich grad bekommen. Nein. Du Hure. Haha. Bei mir hat es nicht mal was gemacht. Ich hab's gesehen. Also dreimal QF und dann S. Das ist sehr effektiv. Guck dir mal, wie das die Rüstung schreddert. Danke. Ja, wenn du mich damit einfasst. Hör doch auf. Das ist übel nervig. Das ist nicht schnell genug geheilt. Boah, unspaß. So kindisch, ne? Snipe. Snipe. Kontrollpunkt. Aktiviere doch. Mah. Und kann dir nicht von dir. Hässliche Stimmgabel. Der ich nicht mal was angreifen kann, ist so dumm. Ich würd gern irgendwie hoch. Ich bin oben. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja, du bist tot. Alter, so können wir hochkommen. Ja, seh ich. Voll hoch. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Kann man Blitzgranaten machen? Nein. Ach, das war das. Nur noch mit Heilung. Bringt mir nichts. Ach, die springen einen ja gar nicht weg. Same. Boah. Nein. Die haben so ein Aimbot. Komm mit. Ah. Au. Fuck, das Aimbot. Das geht gar nicht. So gut kann man gar nicht aimen. Doch, mit dem Aimbot. Du sagst es. Nein, beinahe hätte ich den Zauber benutzt. Gut, ich mach ihn auf die Stimmgabel. Das war bestimmt kein Overkill. Du Wichser. Das ist abgeprallt, ja. War ausnahmsweise nicht mal Absicht. Mano. Wir haben den Zauber nicht, den ich benutzen will. Oh mein Gott. What the fuck. Dieser Damage. Achtung. Du weißt, dass die keine Rüstung anhaben. Ich wollte eigentlich auch den Q11 ASSS machen, aber ich hab getropft. Wenn ich mich nicht ganz irre. Oder ich hab einfach so gefehlt. Jetzt tropfst du. Ähm, ouch. Wir müssen da rüber. Ich muss irgendwo ein Schalter sein. Ja, wahrscheinlich hier. What? Das hat mich mitgesprengt. What the hell. Und dann wurde ich instant von so einer scheiß Granate getroffen. Ich glaub der ist tot. Ah, so ein bisschen. Und ich glaub das befreit jemanden. Ein Huba Huba. Ja. Oh ne. Drauf. Nicht nur einen hat das befreit sehe ich gerade. Egal. Du noob. Er hat mich weggesprengt. Ich bleibe bei meiner Aussage. Du noob. Oh mein Gott, da kommt was.